hey leute und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürm hier und ja heute mit einer weiteren folge supermarket simulator der name stimmt noch das lager habe ich auch wieder aber ihr seht schon Leider ist das safe game Irgendwie gelöscht von letztem mal ich musste jetzt von ganz von vorne anfangen Ihr seht das auch Eis mist verdammt ich habe mich voll aufgeregt Also müssen wir jetzt direkt hier loslegen damit wir kohle verdienen So sieht ja ich recht gut aus alles voll Ja dumm gelaufen So muss ich hier irgendwie rechnung bezahlen oh ja Jetzt haben wir mal alles So Ist halt ein bisschen dumm gelaufen ne Aber kann man nichts machen Sieht aber wieder gut aus Ich habe jetzt hier schon Zwei Lizenzen Gekauft Hier habe ich auch schon erweitert wieder Mal gucken wann Die tür ist glaube ich ab dem nächsten Hier bei dem 800 dollar Okay Das ist natürlich blöd ne Müssen wir jetzt ordentlich Gas geben Achso erstmal öffnen hier So Leute Leute kauft schon ein Ich brauche kohle Kohle und Supermarkt level Ich bin jetzt supermarkt level 15 Und ich musste von ganz von vorne anfangen Also ist das schon eine gute leistung Finde ich Aber ich muss natürlich hier viel Äh Achso Äh Viel selber machen weil sonst kriege ich die levels nicht so gut So was haben wir hier 35 70 Ziemlich wenig So Leute kauft Kauft die Bude leer Am Wochenende kam leider kein Stream Tut mir echt leid Aber Letzte Woche kamen auch nicht so viele Videos Bis auf Mittwoch das Champions League Orakel Aber dann kam nichts mehr außer Shorts Tut mir echt leid Ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr Weshalb man nicht klappt Dann klappt es halt nicht Ne Ist halt Blöd aber Gestern kam auch ein Video Wenn ihr schon geschaut habt Äh Panini Minecraft Ja Ist auch gut gelaufen Also ich glaube 130 aufrufe also das ist für mich schon recht gut So immer schön bei mich kommen dass ich hier die supermarkt level bekomme Komme ich auch so aber bekommen sie natürlich noch besser So ich bräuchte echt Komplett Oh Ich sehe schon was Ich muss auffüllen Auffüllen muss ich Jetzt kommen natürlich alle bei mich Natürlich richtig dumm Äh Äh Was 28 60 Jetzt kommen sie alle bei mich Warum Ich wollte auffüllen Jetzt kann ich hier nichts Dann meckern zu näher weil das fehlt So aber danach hoffe ich So schnell schließen So ich müsste eigentlich noch haben 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 Jawohl Natürlich habe ich noch keine auffüller Natürlich Alles wieder von vorne Richtig dumm Nur weil ich irgendwas mit einer mod ach ja ist egal was soll man sich jetzt hier aufregen käse wo habe ich meinen käse Ich bin so blind 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 so rein da war nur noch eins drin ich fasse es nicht okay noch mal wo waren sie noch mal hier 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 die ist gut voll So So Immer wieder zurück So was braucht man denn noch Die milch sieht gut aus die eier ok eier Wo haben wir die eier hier Ach das Bitter bitter aber ja kann man nichts machen rein da perfekt ist leer so machen wir nicht an so wie sieht es denn hier aus eigentlich recht gut okay hier ist wieder gut leer ich fasse es nicht so leute kommt zu mir was ist denn jetzt los was hat die gesagt krassen zur folge aber kam dann direkt bei mich so leute kommt so wir sind jetzt level 16 ich brauche kohle vielen dank so 55 10 hallo hier fehlt licht sehe ich wegen der erweiterung ja muss ich näher mal kaufen möchte oder ich habe sie können sogar schon in meinem dings habe salz ist leer fast noch vier stück der kosten ist mehr leer was mit dem los hallo was geht mit ihnen ab oder die milch wird auch leer kommt bitte sei ich jetzt geschlossen das war also kommen sie zu mir kommen sie zu mir mal einiges auffüllen gleich verdammt okay bei dem gibt es nudeln anscheinend 32 90 hallo was das kann ich ja schon mal auffüllen gehen wir mal aufzufüllen da alle alle rein in die tonne so wasser da oben bestimmt auch gekauft worden hier nicht aber hier leer oder ich hoffe ich habe schon mal irgendwie was weg ich müssen wo noch was drin war ich bleibe hier hängen so brot okay das war schon das war schon habe ich noch ja wohl sogar noch ganz voll ist ja auch schön hallo okay es ist wahrscheinlich noch eins drin lächerlich ja okay dann gehen wir mal hier gucken schokopops reiden hier so schoko schokopops für den habe ich genug was habe ich denn hier noch hier die nudeln das einzige was ich gleich gemacht habe hier alles ordentlich sortiert also hier nudeln nudeln und auch volle hier alles voll gemacht hier genauso überall also da habe ich gleich dran gedacht hier spagetto so rein so jetzt muss ich natürlich wieder alles aufholen ich weiß gar nicht ob ich milch brau gucken bestimmt oh ja perfekt ist hier noch was drin ja machen wir das wieder ins regalo so hier selbst müsste jetzt leer sein jawohl jawohl so was brauchen wir jetzt die hatten wir die hatten wir reis gebrauchen wir brauchen reis baby wo habe ich reis da hinten hallo hat das voll voll und leer ich müsste eigentlich noch haben 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 jawohl genug genug habe ich ich denke mal zwei rein reichen also bis jetzt hat es ja gereicht milch hatten wir das hatten wir kaffee schauen wir mal nach kaffee oh ja so ist ja leer sein jawohl holen wir uns noch ein kaffee kaffee oh ja so hier unten noch rein da brauchen wir noch tee wahrscheinlich obwohl bei so viel hier das geht nicht so schnell leer So, was haben wir denn hier noch? Das Öl hier Das grüne Öl So, und leer So, wollen wir noch eins Ich weiß es nämlich nicht, ob es jetzt reift Wenn, dann will ich auch richtig Voll machen, ja? Jawoll, es geht Jetzt ist bestimmt noch eine drin Lächerlich Lächerlich So, wir haben da oben acht Da müssen jetzt neun, ja Zubkotchen So, das gelbe Öl Naja, das war's Das Wort, so, da holen wir Das nächste Das nächste ist hier das blaue Mehl Blaues Mehl So, okay Ähm, nochmal Gut, da sind nur noch vier drin Glaube ich Da müssen wir nachbestellen Da schauen wir gleich nach Ähm, rotes Mehl Hab ich gar nicht mehr Das habe ich alles Hier, das hier noch Das ist so So, 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 so Okay Karton leer Noch einen So Ist ja auch nicht mehr viel drin Oh, nicht mehr viel Hier fehlt eins Okay Das war's So, dann fällt dir nur noch eins Hier Ah, ne, ich habe hier noch eins Da habe ich ja noch ein volles Sehr cool Hm, da haben wir doch alles aufgefüllt, oder? Sieht gut aus Ja, hier fehlt noch ein bisschen Wartet mal Da habe ich ja noch Da haben wir ja noch Das machen wir ja noch voll So ein halbleeres Regal Ist ein bisschen blöd Da ist noch was drin Okay Dann Äh Zack Beenden wir mal den Tag Und Zack 35 zufriedene Kunden 3 fanden die Produkte So teuer 38 Gesamt Supermarktpunkte 226 Einkommen 1144 Bestellkosten hatten wir 515 Miete Und Rechnungen Hat mir Profit von 625 Guthaben haben wir 1600 Ja, sagen wir mal fast 1700 Erdnussbutter und Mehl Erdnussbutter und Mehl 650 Machen wir mal 7, oder? Mal gucken, was sie sagen Mehl Aber welches Mehl? Äh 590 Äh 590 640 Äh Ja Gucken, ob es das hier vielleicht ist 370 420 So Wir müssen ja erstmal gut verdienen hier So, wir brauchen auf jeden Fall Blaues Mehl Haben wir nicht Warte, was habe ich denn hier noch drin? Das machen wir erstmal raus Ich muss hier erstmal Äh 1, 2 So, was haben wir denn noch? Hier haben wir noch 2 Da holen wir auch mal 1, 2, 3 Okay, sagen wir noch 13 25 Hier haben wir noch Äh Da haben wir mal 2 Hier haben wir noch ein bisschen 13 13 13 8 Okay, da holen wir mal 1 5 Ist auch nicht mehr so das wahre 2, 3 Olivenöl Können wir mal noch eins holen 20 Mal auch mal 1 Hier haben wir noch Ja Ja Komm, hol mal hier von jedem noch eins Und ich hole mal noch gerade 2 Lämpchen So Kaufen So Ich hatte Die Mod gehabt Wo das hier automatisch rein macht Aber es hat mir überhaupt nicht gefallen Da waren die Kisten irgendwie so schräg Und alles Komisch durcheinander Und wie dann Na ja Die Auffüller Die haben das dann Noch mehr durcheinander gemacht Bei dem alten Safe Game Das war ja furchtbar So Wo haben wir die Eier Hier Deswegen mache ich das lieber Selbst hier Geht ja eigentlich Ziemlich zügig Im Moment Weil es Äh Hatte ich die hier gehabt Oder habe ich Äh Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt Wartet mal Ah ne Da oben sind die Spaghetti Da oben Okay Ich stelle mal hier hin Und machen das hier wieder weg Zack Äh So Die einzige Mod Wo ich noch installiert habe War Äh Das mit dem anzeigen Wie viel ich noch im Lager habe Und so Im Lager und im Laden So Einmal rot Ich brauche nochmal rot Für hier drin Ich glaube das reicht nicht Aber ich meine ich hätte drei bestellt Dreh 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 Jawohl Dreh Äh Blaues Mehl War das voll Weiß ich jetzt gar nicht mehr Hier fehlt noch Hier fehlt noch Eine Achte Gott Ich muss ja hier nochmal nachbestellen Oh nein 9,9,9,9 So blaues Mehl Das rote muss ich auch nochmal nachbestellen Das ist nämlich auch noch nicht komplett voll hier Äh Ja Jetzt ist es aber voll Aber es reicht mir nicht Es reicht mir nicht So Reiner So Die Schlampen Äh Lampen So Äh Wo ist die andere Die ist hier Machen wir die mal hier hin Ungefähr auf die gleiche Höhe Oh Ne Das wollte ich jetzt nicht Ich wollte die andere Lampe holen Delele Ich glaube hier Ja So Gehen wir mal hier hin Noch ein bisschen Noch ein bisschen Noch ein bisschen Ich glaube hier Da Und zack Es dürfte es eigentlich näher heller sein So Blaues Mehl Rotes Mehl Brauche ich auf jeden Fall nochmal eins Sousu Zack Muss ich immer auf Vorrat haben Ihr wisst Sousu Macht süchtig So Reiner Und Das letzte Äh Das grüne Öl So Ich würde sagen Wartet mal Wir haben noch Wir haben noch 1100 Dollar Was könnten wir dann hier noch machen Verwaltung Drecks Rechnung bezahlen Drecks Rechnung bezahlen Auf jeden Fall Lager 800 Komm das machen wir Dürfte jetzt nämlich normalerweise die tür offen sein oder Oder auch nicht Okay Das ist merkwürdig Das ist echt merkwürdig War das nicht bei dem zweiten Ja ich glaube beim dritten war das Gern Ach Das jeze Hat sich ja noch gar nicht gelohnt Okay Wir machen das wie das letzte mal Dahinten kommen dann Getränke hin Ach Das hier war doch glaube ich Irgendwie so hier Ach ich muss mal gucken Die hier waren ziemlich weit vorne Das weiß ich Ja das machen wir mal kurz hier hin So hier war glaube ich nix Das war Machen wir das war doch hier neben dran Ja Machen wir mal kurz hier hin Das war auf jeden fall hier neben dran Das weiß ich Nebendem hier Ich will es nicht genauso machen Aber fast genauso Warum geht das hier nicht Okay So dann kam ja hier hinten im Eck Waren die Getränke Dann kamen die Eier und alles Ja So haargenau wie das Diesmal war Werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen So Dann starten wir mal den Tag Ich würde mir gerne noch die Mod installieren Wo es halt Mit einem Tastendruck hier Mit F Was weiß ich Dass es schneller geht Aber wenn ich hier abkassiere hier zum Beispiel Dann geht das glaube ich nicht So ich stelle mich nochmal hier hin So Leute Ich bin bereit Berät bin ich Er geht zu Herbert Herbert Egon muss ich auch nochmal einstellen Money muss ich wieder einstellen Ach man So vielleicht kriegen wir es noch hin Die nächste Warte mal Ich guck mal grad Was ich dafür brauch Das lager Dass ich die Tür wieder aufkriege Lager 1200 kostete 1200 dollar Okay Also wir müssten auf jeden Fall mal auf über 1200 dollar kommen Ja So leider Hatte ich ja immer noch dieses komische Als wären die Motten da dran gewesen am Kleid Madame Sie müssen sich mal neue Kleider kaufen Sonst sieht man andauernd Ihr Höschen Ihr Höschen Ihr Tanter Vielleicht haben sie auch gar nichts drunter Man weiß es ja nicht Könnte alles möglich sein So vielen Dank Drei Zwanzig Vielen Dank Äh Zweiunddreißig Achtzig Vielen Dank So Oh der Käse Der Käse ist fast leer Okay dann stell dich halt da hin Ist mir auch egal Ich muss schnell Käse holen gehen So jetzt muss ich Äh Mich wieder dran gewöhnen Dass es jetzt so rum steht Ach leer Leer Verdammt Nochmal Käse Zack So Perfekto Gehen wir wieder an die Kasse So Äh Zack So Leute Ihr könnt wieder bei mich kommen Hallo Ah Hallo Mr 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 Bombastic Telefantastic Äh Oh Passend Das ist sehr schön Oh hier Äh Knasti Ein Knasti Knasti oder Ne quatsch 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 Ah ne Spaghetti Ist hier unten leer Und wir haben erst 2 Uhr Ey das ist hier Ja Ja kauft mir doch die Spaghetti alle weg Jawoll Es war schön Dass ihr schön So viel einkauft Ah Die Milch Die Milch wird leer Äh Dankeschön 57 57 60 Ah Jetzt Nein Äh 49 So Schließen Gehen wir mal schnell Milch holen So warte ich die dann hier unten Äh Okay Das war's Bist du leer? Hä? Ist doch nicht leer Das Dings war voll Aber der Kasten war noch Äh Der Kasten war noch was drin So Manchmal sieht man das gar nicht Ist einfach blöd gemacht Äh Wo war es hier unten? Äh Was bräuchte man denn noch? Gleich Salz? Nein Salz Hm Ah ja Okay Nee Hat eher Reis gebraut Reis Es gibt Reis Baby Reis 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 Hier So Rendo Rendo Und Ler Okay Machen wir mal Licht an Jetzt müsste eigentlich der Hintel heller sein Jawoll Uh Spaghetti Spaghetti Warnisse Hier Ich hole mir einfach das hier jetzt mal Einfach mal durch die Menschen gelaufen Leer Aber wir haben es ja fast den Tag Äh Wo habe ich denn noch Spaghetti? Äh Da Bin ich jetzt erst wieder dran gewöhnt, dass sie da stehen So Rendo Ist schon wieder leer Alles leer hier Oh Okay Hier brauche ich jetzt auch Licht Luft 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 Wenn man ja dran denken Zwei Funseln hier zu kaufen für Das Lager Oh Ich muss hier mal mithelfen So Ihr könnt ihr jetzt bei mich kommen So Zack Wenn es halt leer wird Wird es halt leer Können Kann ich auch nichts dafür Äh Zack 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 Korte Okay 4590 Hello Madam Oh Kaffee Kaffeesüchtig hier Nicht so Sichtig Sondern Kaffeesüchtig Oh Wir haben schon 1500 gleich Mehr Das ist ja mal richtig cool Ein Wasser Okay 240 So War es das Oder Ach ne Da kommt noch einer Ey Ey Ich mach jetzt mal hier zu Bevor hier noch welche kommen Kein Bock drauf So Ey So Leute Ihr könnt dann noch bei mich kommen Hallo Oh Nein Nein Hallo Jetzt stehen die alle da Ich fass das nicht Hallo Herbert ist doch viel zu langsam Komm zu mir Boah Ich fassen es nicht Jetzt wollen die notgedrungen alle zu dem Aha Zack 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 Äh 66 66 66 66 Zack 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 Okay Wie habe ich denn hier so Im Video gesessen Komisch Okay Äh Wir brauchen Erdnussbutter Erdnussbutter Äh Nope Nope Ah hier Alles leer gekauft Was her Die Erdnussbutter Ist leer Ja 1 habe ich noch hier Aber auch nicht komplett voll So Rein da Zack Was her Ohje Ohje Wo da Wo da Da Rein Rein So zeigt mir das 0 an Hä Achso Ich habe auch nichts drin Okay Kein Kommentar bitte Also ich brauche auf jeden Fall Wasser Da habe ich gar nichts mehr Ja 1 2 3 So Wir beenden mal den Tag 37 Kunden waren zufrieden Ein Kunde fand die Produkte zu teuer Insgesamt hatten wir 38 Kunden Supermarkt Punkte 220 Einkommen Fast 1600 Bestellkosten hatten wir 336 Äh 356 Erweiterungskosten hatten wir 880 Miete 35 Rechnung 14 Dollar Profit hatten wir 344 Wir haben jetzt 1900 Äh Reis Es gibt Reis Baby Reis ist hochgegangen Sehr schön 57 Da machen wir hier 8 Dollar Egal Ich brauche Kohle 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 Reis Reis Bis wir eigentlich noch haben Hier So Reis Mit dir rein da Haben wir es leer Ja So Was bräuchten wir denn noch Bestimmt das hier Schauen wir mal Oh ja Eieiei Haben wir aber leer gekauft hier So Ich habe ja noch Ich habe ja noch So Jetzt ist es aber leer So Dann brauchen wir Spaghetti Bestimmt noch mal gekauft hier Ich habe noch nicht so teure Produkte Wie das Sushi Das ist ja extrem teuer Habe ich das jetzt voll gemacht oder nicht Wir gucken gleich Wir holen wir das zu So mit Okay Salz Ja Salz Können wir noch ein bisschen auffüllen Gleich So Reiner Äh Was brauchen wir denn noch Achso Reis habe ich Äh Reis Salz Sagte ich Ach Mino So Äh Ab in die Tonne Äh Der Brot Der Brot Ist ja noch komplett voll Aber der wird gar nicht so viel gekauft Sehe ich mal Da ist alles voll Der noch Der noch Und da noch Okay Na So Mehl Mehl ist bisschen auch leer Da ist nur noch eins drin Na super Na super Okay hier ist voll Voll Kann nicht so viel gekauft worden So Rotes Mehl Ist auch nicht Ach Fünf Stück oder sowas Das voll Perfekt Also wir brauchen rotes Blaues Mehl Äh Eins Zwei Eins Zwei Gehen wir mal weiter gucken Water Ähm Rot Hier das Hab ich mal Hatten wir noch nicht Äh Nur noch vier packen So kann man es wenigstens sehen Nicht wie bei der Milch Wo du dann nichts mehr siehst So Dann holen wir mal noch eine Packung hier Zock Ah Ich laufe gegen die Tür Perfekt Ist leer Ja Wasser brauche ich Gell Boah Da Habe ich das schon reingemacht Ich weiß es nicht mehr Wasser Wasser Ja Okay 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 Äh ich hab noch den Piepser Ich stepp Ich hab noch den Handscanner Warum laufe ich immer Morgen Ich hab gar nicht mal an den Handscanner gedacht Also manchmal ist man auch richtig dumm 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 So Hier bestellen wir mal Eins Zwei Drei Äh Weiß ich nicht Muss ich mal gucken Äh Wo sind die Eier Eier Wir brauchen Eier So hier Äh Das ist alles leer Okay Alle Alle Ich weiß gar nicht Hatte ich noch Äh Da Acht Stück noch Acht Euer Okay Jetzt ist alles voll So Wir bestellen hier Vor mal noch Zweimal Käse Hab ich ja Susu Was haben wir hier noch Das gelbe Öl Das goldene Öl So Rinder Kasten ist schon leer Nochmal Hab ich ja noch ein bisschen Noch 19 Könnte vielleicht noch reichen Bis zum nächsten Tag Das war's Ich bin mal gespannt Wann mal ein neues update Kommt ist ja auch schon ewig her Ich glaube der erste april Da kam ein update Aber War ja auch nicht so viel Da war ich noch Ein paar sachen Angefixt worden Aber ja so Wie der handscanner Oder sowas Gut jetzt habe ich den ja Aber So was brauchen wir denn noch Kaffee Koffee So Und leer Super Na super So Koffee Koffee Kompletto follow So Rainer Und wieder leer Das geht so schnell Das ist nicht Da ist ja nicht viel drin hier So Eins haben wir noch Hier Öl Da ist nur eine Packung drin noch Lächerlich Lächerlich Also Davon auch noch Eins Zwei Zwei Drei So Holen wir uns mal den tee Da dürfte es eigentlich nicht so leer sein Oh Okay Doch Gut gekauft worden Hätte ich nicht gedacht Äh Tee Tee Auch nicht mehr viel da Cool Äh Zack Ich sehe gerade Ich glaube So habe ich auch noch nicht aufgefüllt So müssen wir noch auffüllen Dann hätten wir aber glaube ich alles Außer halt das Mehl und so Wo noch ein bisschen was fehlt Rein ins Regal Und voll Na super Na super Äh Da Okay Da gucken wir mal gerade Habe ich überhaupt den tee reingemacht Ja Ne Natürlich nicht Mache ich jetzt gerade hier irgendwie von Von Hand rein So Nudeln Ich bestelle jetzt erstmal Ich werde pleite Ne quatsch Ich war im ersten Safe game nicht pleite Da werde ich hier auch nicht pleite werden So Rhyler Oh Wasser 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 Apfel rein Water Water Eier Weiß ich gar nicht mehr Wann die voll Ja Aber Milch sehe ich gerade Milch fehlt Habe ich Milch bestellt Boah Weiß ich nicht mehr Ich hoffe es Tee Kaffee Äh Habe ich Ist das voll Ne Nicht ganz Tee Okay Das ist In Ordnung So Äh Da hin Ähm Noch mal Kaffee Da hin Mal hier Tee 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 So Ich brauche Mehl Käse 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 Dann brauchen wir Das nicht Wasser Water 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 Hier habe ich noch mal Water Ich glaube noch was frei Jawohl Perfekt Mehl Warte mal Mehl Oh das gibt eine lange folge Es gibt eine Äh Jetzt habe ich es aber doch voll Oder Ja Ob ich es voll Da Ab und zu Egal Rote Mehl Weil ich jetzt nicht mehr Fehlt auch noch Hier unten Wahrscheinlich nur noch eine packen Oder zwei dran Das sehen wir jetzt Eine packung Na super Es lohnt sich Äh Da hin So Äh Wasser Nein Da oben hin Verflixt noch mal Käse Und Was ist das noch mal gewesen War noch mal Tee Tüte So Jetzt haben wir noch 1200 Fast 1300 Dollar Schauen wir mal kurz Ähm Verwaltung Rechnung So viel Rechnung Immer So Lager 12 Ne Jeise 750 Lizenzen Orangensaft Okay Da brauche ich wieder Soda Soda Okay 550 Machen wir mal So jetzt brauchen wir natürlich 1 2 3 3 4 5 6 86 dollar ich weiß das reicht noch nicht 86 x 2 Ne Ne 160 x 100 fast 170 dollar 1 2 2 Nein Soda Einmal So Das hier Das hier Das hier Das hier Möbel Was kostet 375 548 548 Okay Aber wir machen das Wir machen das Hier wieder auf produkte Wo ist der kühlschrank hier So wo stellen wir denn jetzt hin Verflixt noch mal Könnten wir theoretisch Passt das hier hin Perfekt So Coke 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 Äh Äh Haben wir übrigens ein bisschen was erreicht in dieser Folge So Diese Cola Machen wir auch mal doppelt hier Perfekt Was haben wir denn noch Das hier muss noch rein Orangensaft So dürfte jetzt leer sein Jawohl So was haben wir hier Ne Brauchen wir nicht Ah jetzt habe ich ein Problem oder Problem Problem Äh Machen wir mal hier hin Das machen wir hier unten hin Das machen wir weg So Äh Das habe ich noch nicht Äh Okay Das war jetzt ein bisschen blöd oder Äh Ich hätte das Nja Klasse Bin ich echt dumm Ach Verdammt Da machen wir es halt hier unten hin Oder Wartet mal Weil ich hätte das gerne so Wenn dann machen wir das auch gleich richtig So Und so Perfekt So jetzt brauchen wir noch den O-S-Äh Ar-Saft 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 Nee Gott Äpfelsäft So Nur noch 137 Dollar So Machen wir mal hier hin Habe ich hier nichts mehr frei Hier hätte ich noch was frei oder Oder war hier irgendwas Pfff Sieht man nicht so aus Wartet mal Ich will das ja wieder so haben Ungefähr wie es war So Machen wir das mal weg Das hier mal Oh Ich brauche nur ein Regal O-Saft Neber Das A-Saft Dann brauchen wir Oh Die Milch Die Milch Ich brauche ein Regal Verdammt Wo mache ich die Milch hin Hier am besten Erstmal Machen wir erstmal hier hin Ich habe gar nicht mehr daran gedacht Äh nein Okay Es wird Äh Bisschen eng Äh Nochmal Milch Die muss ich auf jeden Fall doppelt machen Wisst ihr was Das stelle ich mal irgendwo hin Weil ich will das ja eh nochmal umstellen Dann habe ich dann kein Karton Was haben wir denn hier noch Die Turco Cola So Machen wir hier neben die andere Cola Perfekto Jetzt habe ich nur ein Problem Ja Okay Wartet mal Eins Zwei Ich bräuchte noch unbedingt noch egal Äh Und Dings brauche ich Die Erdnussbutter 124 Nee Machen wir einmal Einmal kaufen Die Erdnussbutter Wo mache ich denn die jetzt hin Verdammt Was habe ich denn hier so doppelt Gar nichts oder Doch hier unten Okay Wartet mal Äh Ja So Cool Das ist schon mal gut Spaghetti Hier rein und Das hier Hier rein So dann starten wir mal Ah ne Oh Bei einer hechten Stadt Äh Startbekommen Tag begonnen So hier haben wir Zwei Zähne Aber hier mal Zwei Sechzig Dann machen wir hier Zwei Sechzig Äh Drei Dollar Zehn Dann machen wir hier Zwei Dollar Sechzig Zwei Achtzig Äh Drei 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 Ja Stimme ist überteuert Inflation Inflation Kickt rein Drei 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 Und dann noch Dort hier So Elf Fünfund Ah ne Elf Zwanzig Machen wir hier Elf Sieb Elf Siebzig Für sechs mal Milch Im Villa Ich würde mir das niemals Bezahlen Ja Da würde ich sagen Machen wir doch Den tag hier Und dann War es das Oh die Milch 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 Shit Hab ich noch Äh Oh Das war's Erstmal Geld verdienen So Gehen wir an die Kasse So Leute Äh Okay Warum habe ich die Dings nicht aufgefüllt Okay Spaghetto Ich bin ja auch so dumm Ich kaufe sie und Machen sie nicht rein Ganzer Karton wieder weg Äh Die hier Ja Ja Ach Ich hab das Dings vergessen Zu schließen Deswegen hast du jetzt Gebimmelt Ich komme sofort Ich komme Sofort So Zack So Guten Tag Tut mir leid Ich muss noch ein bisschen was auffüllen Sonst äh Zack Ich klicke immer eins zu viel Äh Wir brauchen auf jeden Fall Zweimal davon Einmal davon Mehl Weiß ich jetzt gar nicht Hier sieht es eigentlich gut aus Käuft keiner Okay So kommt dran Ich habe geöffnet Jetzt habe ich geöffnet Keiner kommt Ach komm So Den Tag beenden wir hier noch Und dann Er weiß Das für diese Folge Könnt ihr Wenn ihr bis hier hingeguckt habt Schon mal liken Und falls ihr noch kein Abonnent Von meinem Kanal seid Und euch mein Content gefällt Könnt ihr kostenlos abonnieren Wäre ich sehr froh darüber Oh nein 45 Wir wollen also Herbert Ich wollte gerade sagen Klaut der Steht doch ein bisschen blöd da Oder Na gut Wenn ich mal hier erweitert habe Dann mache ich das wieder Anders Vielen Dank 53 60 Oh Okay 27 20 Vielen Dank Wir brauchen Stefan Gucken ob ich überhaupt noch habe Habe ich da Aber auch nicht mehr so viel Letzte Cuttung Cutton Arsch Na jetzt habe ich noch eins drin oder Lächerlich Lächerlich Äh da unten Äh So So weiß ich nicht Okay Das war es schon So Stellen wir hier wieder hin Ähm Schauen wir mal Was habe ich denn hier jetzt schon drin Spaghetti Und die anderen Nudeln Okay Spaghetti und die anderen Nudeln Dann bestellen wir hier mal Davon Zweimal Davon Zweimal Reis weiß ich jetzt nicht Äh Davon zweimal Oh je Wasser ist fast leer What da So Schnell Wasser aufhören Gehen Und zwar Durstmäher hier die Kunden Perfekt Wer weiß wie viel da hier noch drin sind 5 2 Flaschen 2 Flaschen Das wird dunkel Machen wir hier schon mal Licht an Öffne ich hier wieder So Leute Leute Ihr könnt wieder zu mir kommen Dürfte eigentlich für heute reichen Hier Oh die Oh 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 Okay Muss ich doch wieder schließen oder Käse Käse ist leer Eieieiei Äh Gehen wir mal den nächsten Käse holen Ach hier hab ich Stinks vergessen Lampe Die kaufen wir hier den Käse leer ohne Ende So was brauchen wir denn hier noch Milch Hab ich glaube ich nicht mehr Muss jetzt reichen Ich kann nichts mehr Bestellen kann ich aber Ja Hab ich jetzt hier alles drin Okay die Milch fehlt Wo hab ich sie denn 1 2 Äh was fehlt dann hier noch so Reis vielleicht einmal Hab ich nicht Ich packe die schon So Kaum hier schnell Hui Letzte Sekunde Okay Brauche ich auch wahrscheinlich nicht mehr hier So wir haben es gleich geschafft So die meisten die mögen ja hier die langen Videos Also könnt ihr euch freuen Äh Äh 18 90 Äh Vielen Dank Schokopops Äh So 34 34 10 80 80 20 Orangensaft Ey die haben hier den Orangensaft leer gekauft Gar nicht gesehen Gar nicht gesehen Junge 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 Äh 1 80 Ja ich weiß Tut mir leid Aber ich habe ja noch Äh So hier die Milch Perfekt Das blaue Mehl So rein da Hier rote Mehl Ah ne das sind Pfff Rote Mehl Das sind die rote Nudeln Die Penne oder Penne Die Penner Nudeln Ne Quatsch So Bis der hier alles abkassiert hat Ist es wirklich leer? Ne Gut dass ich nochmal probiert habe So Blaues Mehl Okay das reicht aber auch So Na hier Spaghetto Leer Die haben mir die Getränke fast alles leer gekauft Wahnsinn Wahnsinn So Spaggedie Ist ja leer oder So Difter eigentlich Okay Zwei Stück So wo hatte ich die Hatte ich überhaupt schon mal irgendwo Oh Äh Nup 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 Ich brauche ein neues Regal Ah Zum kotzen Haben wir hier noch Rotes Mehl Brauchen wir auch noch ein bisschen Okay Voll Wir haben es jetzt gleich Äh Hä ich hatte noch Nein Nein Ich hatte noch rotes Mehl So kaufe ich dann noch Hey Milch hatte ich nicht mehr das wusste So Ab ins Regal Ja So Nochmal Und das letzte Päckchen Das Reis Reis Hab ich Oh Okay Das ist alles voll Hier fehlt noch Salz Salz fehlt Füllen wir noch schnell Füllen wir noch schnell auf Das war's oder Na ja Ein paar war noch drin Hier haben wir noch 16 Stück Gucken wir mal wie wir da noch reinpassen Hier passt nichts mehr rein Aber hier oben Ist auch nicht mehr so viel drin hier So Da unten rein Äh Ja Was hatte O&A Saft O&A So Ich glaube Das war hier unten Die haben hier wirklich komplett leer gekauft Wahnsinn Sonst war es immer Am Anfang irgendwie die Susu Jetzt ist es hier Orangensaft Apfelsaft Perfekt Wo laufe ich denn hin Wo wollte ich denn hin So Was fehlt denn noch Turco Cola Ach du scheiße Die haben mir echt Mir alles gegeben Äh Das hier brauche ich So Gleich habe ich es Gleich habe ich es Perfekt Perfekt So Äh Turco Ist aber auch gut gekauft Hier Aber Apfelsaft Norangensaft Da sind sie richtig scharf drauf Scharf So Hier das noch Perfekt Brot habe ich noch gar nicht geguckt Warum laufe ich immer gegen die Mauer Ich verstehe das nicht So hier ist voll Und der Kasten ist leer Na super Na Hab ich noch Hab ich noch Zwölf Stück habe ich noch Zwölf mal Brot Perfekt Wieder ins Regal Dann habe ich gesehen Susu ist leer Was heißt leer Also So Perfekt Müsste leer sein Jawohl Schau mal Hier weiß ich nicht mehr Oh Ist ja auch wieder leer Okay Ein Glas Herrlich Okay Eins Zwei Drei Eins Zwei Reis Machen wir auch noch einmal Äh Käse Hab ich jetzt Käse aufgefüllt Ich weiß nicht mehr Wir gucken mal schnell Ne Ist leer Ja Käse Dann die Eier noch schnell Oh ja So Rein da Hä War es das schon Ruhe Auch gut Jo Ich denke mal Das war es jetzt erstmal Ich habe jetzt lange genug Aufgenommen Äh Ja Wir machen noch Kurz den Tag hier Beenden Drei zufriedene Kunden Produkte nicht gefunden Drei Fand ich Produkt zu teuer Sieben Wir haben eingenommen 1500 Und haben Kein Profit gemacht Wir haben Minus gemacht Und Nein So Salz Das machen wir noch schnell Und dann war es das für diese Folge Viel zu lang Könnte vielleicht Etwa eine Stunde gehen Machen wir jetzt 250 So Zack Und dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal schon